Hier gibt's ganz besondere Waffen-Chat. Wer bist du? Ich? Nein, der links. Ich bin hier noch ein neutraler Waffen- Äh, äh, äh. Äh, Osman. Wer hat dich hergerufen? Neutraler, äh, Streitslichter. Hier einfach rein, wenn du dich hergehst, Junge. Wer hat dich hergerufen? Ja, mich hab ich doch gerade angerufen. Wer hat dich gerufen? Jo, Bro. Hier, der hier. Bruder, du hast doch gesagt, ich soll kommen. Niemand hat dich angerufen. Ich glaube nicht. Wartet mal, wartet mal. Osman, habt ihr den angerufen? Nein, nein. Ja, natürlich. Du meinst, die Osman hat... Okay, äh, Osman, er hat gelogen. Er sagt, er gehört zu euch. Osman hat mich angerufen und meinte, ich soll kommen. Also ich sag mal so viel. Mensch, du kannst dich jetzt darum kümmern. Aber wenn, weil er sagt, er ist mit euch hier. Wenn der jetzt die Stress macht, fällt das auf euch zurück. Oder du kümmerst dich jetzt um das Problem. Ja. Nice Role-Playing. Äh, spannende RP-Situation. Cool. Was geht ab, YouTube? Willkommen zum heutigen YouTube-Video. Lass schon mal ein Like und ein Abo da. Das, was ihr gerade gesehen habt, war eine offizielle Kriegserklärung gegenüber dem Lord. Ich werde mich darum jetzt kümmern. Yo, yo, what up, Homie? Ich werde einmal schnell zu der Garage. Wobei, kannst du nicht einfach zu Dings fahren? Fahr mich bitte mal oben zur Dings. Hier, wo die Russen wohnen. Yakuza-Schleife. So mach ich. Was wie so ein Henker aussieht, Bro. Gents-Anwesen einfach. Gents-Schleife. Ey, Bro, am besten lässt du mich fahren, Bro. Ich hab was richtig krasses vor. Du musst dich wirklich veranlassen, Bro. Vertrau mir. Geh auf Beifahrer. Ich seh dich nicht ab. Jo, YouTube, was geht ab, wenn ihr euch fragt, wieso da gerade nach mir ist? Dann, weil ich die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren habe. Kennt ihr das auch? Im RP, Freifahrzeug, ist zu schnell. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr ihn fahrt. Und auf einmal ist dann ganz viele Leute da. Lasst ein Like, wenn ihr es auch kennt. Aber es ist doch verständlich, dass ich sauer bin, oder nicht? Nämlich einfach erschossen. Einfach so, weil ich wollte von den Russen Waffen kaufen. Bitte erschließen Sie mich nicht. Ich bin gerade wach geworden. Äh, ja. Am besten nicht wieder da zurück, ja. Was hab ich falsch gemacht? Äh, dass du da reinfährst. Das ist doch die Gents-Schleife. Ja, das ist doch der Anwesen. Das ist doch der Anwesen deswegen. Ach, die ganze Schleife gehört denen? Ja, ja. Deswegen schießen wir auch direkt auf dich. Ah. Oh. Guten Tag. Hey. Danke. Ja, passt doch mal auf, wo du hinfährst, Kollege. Ja, passt auf, Bursche. Passt du mal auf, Bursche. Ja, mal gib mir. Dann steig ich jetzt aus und dann hau ich dir eine. Ja, Bursche, du gib mir jetzt nicht, krieg ich ein Watsch. Hör mal, soll ich dir eine Watsch vergeben, oder? Ja, ich hab ich ein Watsch. Krieg ich ein Watsch. Steig aus. Komm, steig ein. Steig ein und dann krieg ich dir eine. Komm, steig in mein Auto eine, ich krieg dir eine. Ja, holst du, komm aus. Ja, komm doch rein. Was hast du denn? Lässt deine Hand. Bursche. Du gibst mir den Stich, ich mach einfach den hier. Du F***er. Was war's mit deinem Scheiß-Auto? Das war's mit deiner Karre, Kollege. Das war's mit deiner Karre. Oh. Das war's mit deiner Karre, Kollege. Ja, kein Bock mehr auf deine Karre, Digga. Tschüss mit deinem Auto. Ja. Ja, passt mich zu dir jetzt an, du F***er, Alter. Du Lutscher. So, zack, ist die Karre weg. Ja. Ist das die Autos gut, oder was, Digga? Ich hab ein persönliches Problem mit deinem Auto, alles gut. Ich darf das. Ja. Wie? Ist dich. Steig aus. Wie steig aus, warum? Steig aus, sag's letzte Mal, ja. Jo, okay, alles klar, dann steig auch raus. Hä, was steig aus, hä? Was steig aus, Digga? 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 Mit dem Lot! Du, du, ich mein Kollege net niederfahren. Wie, das ist dein Kollege? Ja. Ich dachte, der ist vom FIB, Bro. Ja, hier, Kollege am Boden. Eine Sache noch. Du wurdest gefickt. Ja, 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 ja. Von dem Boden zerzieh ich mich. Verpisst euch, Digga! Was ist für eine Schrottkarre, Digga? Hilfe! Hilfe! Tschüss, Gang! Einen kurzen Wheelie gemacht, Kollege! Bam! Weg da! Vorseite mit dir! Jungs, tschüss! Tschüss! Tschüss, Digga, kein Problem, Bro. Digga, Digga, kein Problem. Wenn ihr es schafft, also wir machen jetzt ein Straßenrennen, ihr müsst so schnell wie möglich in die Straße rein, dann um den Kreisverkehr und wieder zurück, und wer zuerst hier ist, das ist ein Straßenrennen, kriegt 100.000. 3, 2, 1, go! Das ist das, Digga. Guck mal, ich fahre an, ich bin Kreisverkehr, Digga! Guck mal, ich fahre an, ich bin Kreisverkehr, Digga! Guck mal, ich bin fast tot, Digga! Ich hab doch gar nichts gemacht, Digga! Ich hab doch diesmal gar nichts gemacht! Ich hab diesmal gar nichts gemacht! Ach, Bro, ich wollte gerade das Auto klauen. Kann ich die Auto klauen? Natürlich! Danke, Sir! Äh, sie müssen noch aufschließen, dass ich echt, wenn ich das klauen kann. Das Auto ist nicht gut. Ja, genau! Das ist doch immer... Also, Digga, was ist denn los? Fahr doch mal normal, du F***er! Junge, 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 Junge! Wie kann man denn so beschissen Auto fahren? Alter! Dein Ernst? Er kann wirklich froh sein, dass ich nicht mal eine goldene Pistole hab. Coole Tag, Sir! Möchten Sie sich 100.000 Dollar verdienen? Ne, ich bräuchte es. Ja genau, er schießt einfach. Hast du übrigens nicht wundern, wenn Leute in dich ran. Das macht man hier so. Theo, der Pist ist hier, Mann! Hat jemand in die Eier getreten? Warum redest du so hoch? Soll ich ihnen eine Waffe geben? Ja, bitte! Äh, einmal hier. Keine Angst! Sorry! Sie stehen! Sie haben den Falschen! Sie müssen den schwarzen Supersportler anhalten! Nicht mich! Richt'n Würfelpark! Richt'n Würfelpark! Der FAB so inkompetent, Bro! Komm schon! Wurde er gepittet? Sorry! Ja, sie haben den Falschen! Sie müssen den schwarzen Supersportler anhalten! Ich hab den Dreck gesehen bei TikTok. Pass auf, ich mach Tiktok Dreck jetzt! Er geht wie folgt. Er stand so, wie ihr bei jeder Erfolgszeit wegkommt. Sehen! Hallo! Habt ihr's gesehen, wie ich's gemacht habe? Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Hallo! Hier! Ach soooo! Ich hab gerade... Hör auf! Sie machen sich weg hier! Machen sich weg hier sofort! Machen sich weg! Die Person hat nur... Ich bin ein Zeug! Also mein... Mein Gefühl hat mir Rick gesagt, dass... Ich bin nicht angehalten, weil ich so Angst hatte, weil sie so eine monströse Aura haben tatsächlich! Natürlich haben wir eine monströse Aura! Was denken Sie denn? Aber ich war gerade eben an ihrem scheiß Anwesen gewesen und da waren sie nicht da! Unser scheiß Anwesen? Ja! Ja, also wir waren nicht immer, ne? Ja, da waren irgendwelche anderen. Haben sie das Anwesen verkauft oder was? Ne! Ja, wieso waren sie da nicht um gewesen? Aber... Deswegen ist das geheim! Ja, scheiße, wenn da niemand ist, wenn wir zu sehen sind! Die letzte Position wurde aufgegeben und dann haben sie wahrscheinlich... Haben sie schon ausgewechselt? Nein! Das ist oft geheim! Wir tun so das, wenn andere wären! Wir lassen die da ein bisschen drauf spielen auf dem Anwesen, ja! Ah! Ich verspielen! Das heißt, die haben eben nur spielerisch auf dich geschossen! Genau! Wir haben ein hohes IQ deswegen, ja! Wir lassen wieder andere spielen und denken, dass wir nicht da sind! Ja, haben sie denn irgendwo jetzt hier einen Ort, wo wir ungestört sind? Also irgendwie so ein Geheimort oder so? Ist der Highway nicht hier ungestört oder was? Ne, das ist ein bisschen gefährlich! Also ich würde einfach meine Augen zumachen und dann, wenn sie sagen, mach meine Augen wieder auf, dann hoffe ich, dass wir an einem geheimen Ort sind! Das weiß ich nicht! Was wollten sie nochmal von uns haben, ja? Irgend so eine Waffe, oder? Genau, das war doch die Waffenlieferung, die vor zehn Wochen... Ich hab die vor zehn Wochen aufgegeben und da haben sie wieder... Weil Vargos ist wieder gelutscht, wie ist das? Und jetzt bin ich wieder... Hab ich einen Brief bekommen von ihnen! Hm... Da meinten sie, ich soll doch hochkommen! Ich wusste nicht, wo hoch! Ich weiß nicht, wir sind schon relativ hoch hier jetzt, oder? Ziemlich hoch, ja! Ja, ja! Ich weiß nicht, wie hoch sie sind! Äh, ich hab die Waffe grad nicht dabei, ja! Ich bin tatsächlich nur der Partner! Mein Kollege hat die Waffe, ja! Deswegen, äh... Ach, der Kollege hat die Waffe? Genau, genau! Ich bin nur das Kleinkaliber, ja! Also sind sie ein kleiner Zeuge! Genau, ich bin ein kleiner Zeuge! Können Sie mir ganz kurz ihre, äh, ihre Mas... Hier, ihr Tuch... Ihr Masken-Tuch geben, bitte! Ein Masken-Tuch? Hier, geben Sie mal kurz bitte her! Ja! Okay! Oh! Hä? Ey, was wollen das jetzt hier... Kollege! Kollege! Es reicht! Meine Nase läuft! Ich bin krank! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Also russischer Geheimdienst hat keine gute Arbeit gemacht! Russischer Geheimdienst hat keine gute Arbeit gemacht, heute! Hallo? Hallo? Ich hör sie leider nicht! Oh, sorry! Sorry! So! Vargos sind wieder aktiviert! Ja? Keine Ahnung, wie ich damit er langweil... Der hat einen Langwaffe gehabt! Ich weiß nicht, wie ich das überleben konnte! Und, äh, ja! Wir werden jetzt mal zu Vargos fahren und den unseren Blut konfrontieren, wie es sein kann, dass sich da ein Vargos-Mitglied abziehen lässt! Das geht natürlich nicht! Ihr habt euer Fahrzeug wieder... Wo kommt denn jetzt, Alter? Dankeschön! Da stand, äh, am Wüffelpack rum! Abfickt! Ey, wart's mal! Nein, nein! Wollen Sie los! Hahaha! Wir haben ein Leben gerettet, der FAB Agent! Dankeschön! Ja, also ich glaub, Sie wollten mich grad eben verarschen, tatsächlich! Also, Sie haben ja eine, äh, schwere Pistole gibt es, ja! Ich fühle mich betrogen, belogen und beklaut! Ja, Sie schnuddert in mein, äh, Gesichtstuch, ja! Jaaa, das ist doch... Ich dachte, das ist Ihr King! Gut! Aufsteigen! Ich hätte verstanden, Sie stehen auf Rotz! Aufsteigen! Aber ich meinte, ich stehe auf... Ich dachte, Rotz tatsächlich! So, schauen Sie mal! Ihr, oder? Das ist tatsächlich genau die Waffe, die ich im Kopf hast, ja! Hm... Wissen Sie, was die jetzt machen? Was mach ich jetzt? Sie küssen jetzt erstmal meine Füße, weil sie meinen Gesichtstuch geschnallt haben, ja! Mach ich sofort! Also, ich soll ihre Füße küssen? Ja! Okay! Kein Fall, du Arschloch! Hände hoch! Hahaha! Ich hab doch hier rochen, dass da irgendjemand was tun wollte! Was geht ab, YouTube? Willkommen zu einer neuen, spontanen, wenn-ich-du-wäre-Folge! Sie will den Joint von mir haben, doch ich frag sie, wie's ihr geht! Fehler! Baby, bitte vergiss deine Sorgen, ich weiß, dass du auf mich stehst! Ja! Ja!